Das österreichische Handball-Nationalteam hat Mitte Oktober die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien und die Faröer-Inseln gewinnen können. Damit hat man den Grundstein gelegt, um auch bei der Endrunde dabei sein zu können. Allerdings warten 2023, genauer gesagt im März, zwei richtungsweisende Spiele gegen die Ukraine. Wie der aktuelle Stand innerhalb des Teams aussieht, wie der Plan 2022 zu Ende gehen soll und wie man sich vor allem auf die Ukraine vorbereitet, das besprechen wir jetzt mit Sportdirektor Paco Fölzer. Servus. Hallo, servus. Ich habe jetzt schon einiges genannt, diese zwei Siege, die man sich, glaube ich, auch gewünscht hat, die jetzt in Erfüllung gegangen sind. Ich glaube, da fällt einem ein Stein von Herzen. Wie ist man denn in diese Vorbereitung reingegangen, um dann auch im ersten Heimspiel gegen Rumänien die beste Leistung zeigen zu können? Ja, das ist bei der Nationalmannschaft immer nicht ganz einfach. Wir haben uns getroffen am Montag in der Quali-Woche, Donnerstag war das Spiel, also da bleibt nicht so viel Zeit. Wir waren jetzt leider fünf, sechs Monate nicht zusammen. Das ist der Kalender, einfach der EAF-Kalender so. Darum war am Anfang einmal wichtig, dass sich die Mannschaft wieder findet. Das ist aber relativ schnell gegangen. Also die Trainings haben sehr gut ausgesehen gleich. Spieler waren fokussiert. Jeder wusste, wie wichtig jetzt diese erste Woche ist, um gut in die Quali zu starten. Und darum kann man da eigentlich sehr zufrieden sein mit den vier Punkten. Spielerisch gibt es da natürlich Luft nach oben, da sind wir uns einig. Aber wichtig einmal das Ergebnis und hoffen dann auf die Zeit, die jetzt kommt, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen, wo wir dann vielleicht ein bisschen weiterentwickeln uns können, wo wir wieder mehr trainieren können auch. Ich kann mich nur an einen Artikel erinnern oder an mehrere Artikel vor diesem ersten Spiel, wo es geheißen hat, eine ausgeglichene Gruppe, wo man gegen jeden gewinnen, aber auch verlieren kann. Hat man da auch versucht, so ein bisschen an die Mentalität der Spieler zu appellieren, dass man vielleicht gerade die Faröer-Insel nicht unterschätzt? Nein, ich glaube, und das war auch jetzt keine Floskel, die wir da rausgehauen haben, sondern man hat in der WM-Quali gesehen, dass die Faröer selbst gegen Deutschland zu Hause mit fünf Toren verloren. Also müssen wir bei uns auch schon zurückdenken, wenn wir unseren großen Nachbarn mal mit fünf Toren nur gestrauchelt sind, sage ich jetzt einmal. Also das ist durchaus eine Mannschaft, ein kleines Land, die extrem aufgeholt hat im Handball, auch im Juniorenbereich, total stark. Und wir wussten, was auf uns zukommt. Also es war kein Floskel, sondern ich glaube noch immer, dass die Gruppe sehr ausgeglichen ist. Und darum bin ich umso froh, dass wir die vier Punkte haben, die kann uns keiner mehr wegnehmen. Und ja, die Zielrichtung, die wir haben, ist die EM24 und da sind wir auf dem Weg. Das erste Spiel konnte gleich zu Hause vor eigenem Publikum in Graz mit plus vier gewonnen werden gegen Rumänien, wo man sich zumindest im zweiten Abschnitt zwischenzeitlich das Leben ein bisschen schwerer gemacht hat. Die Rumänen sind rangekommen, am Ende war es dann 36 zu 32. Was hat man vielleicht aus diesem Spiel positiv und negativ mitgenommen? Naja, positiv sicher die erste Halbzeit. Da haben wir, finde ich, sehr, haben wir höher verteidigt. Wir haben sie zu sehr, aus hoher Distanz zu würfen gezwungen. Torhüter hat sehr gut gehalten auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen zu flach geworden und haben da einfach zu viele Tore aus einer näheren Distanz. Dann ist es auch für einen Torhüter natürlich schwierig. Ich glaube, der Angriff ist bei 36 Toren. Natürlich kann es immer noch ein bisschen flüssiger laufen, aber ich glaube, da haben wir die richtigen Mittel gefunden. Wie gesagt, in der Deckung, die zweite Halbzeit, da wissen wir schon, dass wir mehr tun müssen oder mehr brauchen. Zum Glück haben wir dann, oder zum Glück, auch verdient dann natürlich nach der ersten Halbzeit und auch im Spiel der zweiten, haben wir dann plus vier gewonnen. Und das war wichtig für uns. Gerade das erste Spiel in einer Quali ist enorm wichtig. Am Sonntag war dann das erste Auswärtsspiel an der Reihe gegen die Verröhrinseln. Wir wissen ganz genau, zwischen Österreich und den Verröhrern gibt es immer so eine spezielle Beziehung, dass nicht immer alles nach österreichischem Wunsch klappt. Und auch bis zur Halbzeit war vielleicht an einem Wunder zu glauben. 14, beide ist es da gestanden. Letztendlich hat man da mit plus zwei gewonnen. Aber erst in der Schlussphase. Was war das für ein Husanritt da oben im Norden? Na, Husanritt nicht. Ich glaube, auch da wussten wir mit dem Trainerteam viel ausgetauscht natürlich. Und wir wussten genau, dass uns dort ein ganz unangenehmes Spiel spielt. Also es ist eine Mannschaft, die nicht über die Zwei-Meter-Spieler verfügt, sondern eher kleine, sehr, sehr körperlich starke Spieler. Sehr, sehr gut ausgebildet in der Jugend, technisch sehr versiert. Die haben uns Probleme gemacht. Und wir wussten, dass wir da Probleme kriegen werden. Ich finde dann, wir haben das ganze Spiel war relativ bari. Ich glaube, bis zur 50. Minute waren wir mit einem Tor vorne. Dann haben wir uns ein bisschen absetzen können. Ich glaube, in der Endkampfgestaltung haben wir dann gezeigt, dass wir doch nur einen gewissen Erfahrungsvorteil haben und einfach die Klasse dann auch ausgespielt. Aber dass das kein einfacher Gang wird, war uns klar. Oder Handballinsidern wahrscheinlich auch klar. Unterm Strich ist Österreich allerdings Tabellenführer vor der Ukraine und Rumänien. Die jeweils einen Sieg auf dem Konto am Faröhrinseln ohne Punkt. Wenn man jetzt diese vier Punkte betrachtet, nach zwei Spielen, kann man schon davon ausgehen, dass sich Österreich für die Endrunde qualifizieren sollte, wenn nicht sogar muss? Ja, muss. Es war ein ganz wichtiger Schritt. Also wir haben jetzt wieder eine längere Pause drin, haben da jetzt noch Vorbereitung, spielen freundschaftliche Turniere, freundschaftliche Spiele und schauen, dass wir dann im März dann spielen wir zweimal gegen die Ukraine. Und da ist dann natürlich das Ziel, ohne jetzt vorzugreifen, natürlich die zwei Spiele zu gewinnen. Und dann ist der Zug eigentlich schon fast in den Bahnhof eingefahren, sage ich, Richtung 24. Also das ist das nächste Ziel. Von noch nicht fertigen Dingen möchte ich gar nicht reden, aber es war, wie gesagt, ein wichtiger Schritt und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das große Ziel heißt 24, weil das ist eine EM der Superlativa und da möchten wir unbedingt dabei sein, natürlich. Vor allem in Deutschland, wo es dann natürlich auch gegen den großen Nachbar gehen kann. Vielleicht noch ein Stichwort zur Ukraine, die jetzt auch gegen die Rumänen schon verloren haben. Da sieht man halt, man hat selber die Rumänen geschlagen, die gewinnen jetzt gegen die Ukraine. Also wenn man logisch zusammenrechnet, könnte man davon ausgehen, dass es ein Kantersieg werden wird. Was beinhaltet das ukrainische Spiel? Wovor muss man vielleicht aufpassen? Ja, ich habe auch das Spiel, die haben einen Tag vor uns gespielt, bevor wir gegen die Rumänien gespielt haben, hat die Ukraine verröer gespielt. War eigentlich ein sehr gutes Handballspiel. Auch lange eng, auch bis fünf Minuten vor Schluss war die Ukraine nur mit einem Tor vorne. Haben eigentlich auch einen sehr, sehr guten Handball gespielt. Ich glaube, bei Rumänien kommt noch dazu, dass sie bei einem Heimspiel, natürlich auch mit der Halle, Riesenunterstützung. Rumänien ist ein handballverrücktes Volk, speziell im Damenhandball, aber auch immer mehr bei den Männern. Haben viel Tradition und lächzen danach, wieder einmal bei einem Großveranstaltungen dabei zu sein. Das heißt, das Heimspiel mit dem Auswärtsspiel zu vergleichen, tue ich mir schwer. Und auch die Ukraine. Wie gesagt, es ist unser Ziel, aber da jetzt zu sagen, wir fahren da hin und jetzt, weil die Rumänien mit acht gewonnen haben, ist das für uns eine gemähte Wiese. So sehe ich das nicht. Also, man muss tatsächlich noch Taten sprechen lassen. Am 24. und 27.03. ist ein Tag der Wahrheit gegen die Ukraine, wo man das EM-Ticket auch schon ziehen kann. Was die Qualität der Mannschaft betrifft, da würde ich auch ganz gerne mal einhaken. Du bist jetzt rund vier Jahre schon im Amt, hast mit vielen Spielern diesen Weg bestritten. Egal, ob das jetzt ein Nikola Billig ist, ein Lukas Hutecek, der in jungen Jahren schon bereit ist, die Mannschaft zu führen. Oder auch ein Robert Weber, der als Routinier auch im ersten Spiel gegen Rumänien-Topscorer gewesen ist. Wie verteilt man denn da die Verantwortung auch auf die einzelnen Schultern der Spieler? Oder ist das einfach eine kollektive Leistung, die vom Teamchef dann auch erwartet wird? Nein, natürlich ist es grundsätzlich, ist er kollektiv. Aber wir haben natürlich Führungsspieler. Nikola Billig ist ganz klar, unser Kapitän, unser Führungsspieler, das strahlt er auch aus. Er übernimmt in den wichtigen Phasen immer wieder Verantwortung. Lukas Hutecek spielt in Deutschland auch eine sehr große Rolle dieses Jahr in seiner Mannschaft. Ist nach seiner Verletzung jetzt wieder richtig gut zurückgekommen, ist sehr gut in Form. Robert Weber, was soll man über ihn noch sagen? Ich meine, der hat 205 Länderspiele für Österreich und weiß nicht, fast 900 Tore oder hat mittlerweile 900 Tore. Also der weiß, wo das Tor steht, hat natürlich ein gewisses Alter, aber er hat auch immer noch eine sehr gute Klasse. Und ich sage immer, Klasse schützt nicht vor Alter oder umgekehrt. Und es kommen auch gute Junge nach. Da gilt es auch, die noch mehr jetzt weiter zu integrieren, weil irgendwann wird auch eine Zeit vom Robert Weber vorbei sein. Aber wenn man mit ihm spricht, er liebt das Nationalteam, er spielt gerne für das Nationalteam. Und solange seine Leistungen gut sind, gibt es jetzt momentan keinen Bedarf, da irgendwas zu ändern. Aber es ist wichtig, der Hinterspieler aufzubauen. Und auch, wir haben da noch einen Tobi Wagner am Kreis, der in Toulouse spielt, der sich jetzt sehr, sehr gut entwickelt hat in den letzten eineinhalb Jahren. Im Tor ist Eichberger zurückgekommen, der zwei gute Partien gemacht hat. Auch da Möstl weniger Einsatzzeiten bekommen. Also wir entwickeln uns noch, aber es gibt natürlich ein Grundgerüst der Mannschaft, das steht. Du hast es Robert Weber auch angesprochen mit seiner Routine, er lebt seinen zweiten, dritten, vierten Frühling. Allerdings, du bist glaube ich nach wie vor ein Rekordspieler im österreichischen Nationaltrekort. Ist das vielleicht auch hinterher ein Thema, das dich da Robert Weber noch abfangen könnte? Also Rekordteamsspiel ist der Ewald Hummenberger, der ist Torhüter. Der hat 245 Länderspiele, aber von den Feldspielern bin ich die meisten. Ich würde es dem Robert gönnen, ich habe da keine Befindlichkeiten. Oder würde er sagen, Robert hör auf, ich will nicht, dass du mir einholst, das ist mir komplett egal. Weil, wie gesagt, solange die Leistung stimmt, ist das immer eine Option der Robert. Und er hat das jetzt auch in der Woche wieder gezeigt, wie wichtig seine Routine ist. Und hat da wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele für Österreich abgeliefert. Ein absoluter Leistungsträger, der dem rot-weiß-roten Team trotz eines etwas erhöhten Alters nach wie vor sehr gut tut. Nach einer kurzen Werbepause sprechen wir natürlich weiterhin über die Weiterentwicklung im rot-weiß-roten Nationalteam. Und wir wagen auch einen Ausblick, wie das Jahr zu Ende geht und wie man sich dann unmittelbar zu Jahresbeginn auch vorbereitet. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Handball-Talks hier im Corona-TV-Sportstudio gemeinsam mit Sportdirektor Paco Fölzer. Servus. Hallo. Jetzt haben wir schon über die vergangenen Leistungen gesprochen. Vielleicht um unsere Zuschauer nochmal abzuholen. Österreich hat in der EM-Qualifikation die ersten beiden Spiele gewonnen. Und somit eigentlich schon eine Voraussetzung geschaffen, um sich dann im März auch für die Endrunde 2024 qualifizieren zu können. Wir sind stehen geblieben bei der Qualität der Mannschaft, wo man vielleicht auch die Verantwortung auf einzelne Schultern verteilt. Vielleicht auch zu den jungen Spielern, die nachkommen. Wie versucht man auch da diesen nachhaltigen Prozess herzustellen, dass man jetzt nicht nur sagt, die älteren arrivierten Spieler, die aktuelle Leistungsträger sind, die zählen, sondern dass eben junge Spieler wie ein Elias Kofler oder wie es ja auch heißen mögen, bereit sind in die Bresche zu springen. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Prozess. Wir haben in der Qualie jetzt speziell gegen Rumänien nicht viele Spieler benutzt. Wir haben wirklich mit sehr wenigen Spielern gespielt. Wir haben jetzt auf den Faröa-Inseln immer mehr auch den Elias Kofler mit eingebaut, der auch die Spielweise der Faröa ihm natürlich sehr zugute kommt. Er ist ein junger Spieler, der Hoffnung weckt. Und da gilt es jetzt solche Spieler oder mehrere Spieler, Franco Lastroff rechts außen, Erik Damböck, der eh schon länger dabei ist, natürlich ein bisschen im Schatten vom Sebastian Frimmel steht, der beim Top-Verein spielt und auch Top abliefert eigentlich. Und gilt trotzdem, wir müssen die Nationalmannschaft noch breiter aufstellen. Also wir brauchen nicht drei Rückraumspieler, sondern sechs. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir jetzt die Zeit nutzen, wo wir jetzt keine wichtigen Quali-Spiele haben, sondern wir haben jetzt im Dezember einen Kurzlehrgang, wo wir die österreichischen Spieler einladen. Dort können wir gut mit ihnen arbeiten und auch im Jänner dann mit der kompletten Mannschaft einfach auch mehr Spieler in diese Mannschaft noch zu integrieren, um auch das Vertrauen zu geben und ihnen das Vertrauen zu geben, dass wir in strittigen Situationen auf sie zählen können. Das Vertrauen schenkt man auch schon Aleš Pajovic seit einem sehr, sehr langen Zeitraum, aber er macht seine Aufgabe auch sehr, sehr gut. Und er hat letztens erst gesagt, dass er ein Team beisammen hat, was die nächsten zehn Jahre zusammenspielen kann, wird. Das wissen wir nicht aufgrund von Verletzungen, die natürlich auftreten könnten. Wie groß ist dieser Vorteil, dass man jetzt einfach schon weiß, man hat über die nächsten fünf bis zehn Jahre eine Mannschaft beisammen, die wirklich einen starken Kern bilden kann? Das ist genau der Kern. Der Kern ist da. Es gibt schon einige Positionen, wo man Janko Bozovic, der jetzt dabei war, 38, Robert Weber 38, das sind eigentlich die einzigen zwei Positionen, wo noch ältere Spieler spielen. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir zu dem Stamm, den wir haben, einfach junge Spieler entwickeln, die in der Mannschaft, im Team passt sehr, sehr gut. Das Teamgefüge ist sehr, sehr gut. Aber wir müssen sie am Spielfeld einfach jetzt auch die Chance geben, sich zu integrieren, um dann einfach auch dann diese Dinge, wenn altersbedingt Spieler aufhören, das dann einfach kompensieren zu können und da keinen Leistungsabfall zu haben, sondern die Spieler immer mehr einbauen. Und das wird das große Ziel der nächsten ein, zwei Jahre, dass wir da einfach einen Stamm finden von 16 bis 20 Spielern, die dann immer bereit sind und einfach alle wissen, was wir tun und was wir wollen und auch die Qualität natürlich haben. Der Trainer hat auch unheimlich viel Qualität. Erzähl war gleich mit Slowenien ein Finale mal bestritten, auf höchster Ebene bei der HSG Graz in Österreich, einen Verein betreut, um nachher dann auch Nationaltrainer zu werden. Wie sehr schätzt man ihn schon innerhalb des ÖHBs? Inwiefern hat er sich auch innerhalb der letzten Jahre über Corona entwickelt? Ja, ich glaube, man muss noch hinzufügen, er hat auch dreimal die Champions League gewonnen, hat bei Top-Vereinen gespielt. Also er bringt der Spieler unglaublich viel Erfahrung mit. Er war, wie wir ihn verpflichtet haben, war klar, er ist in seiner Trainertätigkeit noch ein junger Trainer, aber eben ein Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung. Damit sind wir die letzten zehn Jahre eigentlich immer gut gefahren, mit Trainern, die genau aus der Situation kommen. Er bildet sich weiter, er möchte jetzt die Mastercoach-Lizenz noch angehen von der EAF. Wir versuchen ihn jetzt auch noch mehr in diese tägliche Arbeit einzubinden, sprich die Jugend noch mehr mitzunehmen, vielleicht auch mit Besuchen bei Schulen, bei Leistungsmodellen, einfach ihn dort ein bisschen präsenter zu kriegen, um auch die Jugend mehr noch zu begeistern. Aber wichtig ist natürlich das Nationalteam und dort die Entwicklung. Und da ist jetzt das große Ziel, sich zu qualifizieren. Und wie dann der Weg weitergeht, werden wir es sehen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Sehr gut. Blicken wir auf das Jahr 2023, das ohne Weltmeisterschaft beginnt. Dafür kommt man zusammen und tritt beim sogenannten Yellow Cup im Jena gegen die Schweiz, Japan und Cup Verde an und dann noch darauf folgen ein weiteres Testspiel gegen die Schweiz. Inwiefern wird das auch wichtig sein, um gewisse Prozesse, Dinge auch auszuprobieren, jüngeren Spielern die Chance zu geben? Genau, was ich vorher angesprochen habe. Das ist, leider sind wir dieses Jahr nach fünf Jahren jetzt mal nicht beim Großereignis dabei. Was uns aber dafür den Vorteil gibt, wir haben einfach im Jena mal zwei Wochen ohne Bewerbsspiel. Das heißt, wir haben Zeit zu entwickeln. Wir können speziell, was die Deckung betrifft, uns vielleicht ein neues System anschauen. Wir können die Deckung, die wir haben, verbessern. Wir können im Angriff ein bisschen neue Konzeptionen, ein bisschen neue Abläufe. Wir können junge Spieler integrieren. Also ich sehe in diesen, habe sehr große Hoffnungen in diesen zweiwöchigen Lehrgang, dass wir da einfach danach neue Erkenntnisse sehen und auch jungen Spielern mehr Einsatzzeiten geben in den Spielen. Und ich glaube, dass das eine gute Geschichte wird für uns. Wenngleich wir natürlich lieber bei der WM gewesen wären. Aber das ist so und für uns ist jede Qualifikation für ein Großereignis noch etwas Großes. Und diesmal hat es nicht geklappt. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dass es beim nächsten Mal wieder so ist. Vielleicht wagen wir dann auch den Rückblick nochmal, wie das Ganze zur Schande gekommen ist. Gegen Island hatte man zwei Spiele im sogenannten Playoff. Island ist jetzt auch, sagen wir mal, im Handballkreis eine sehr prominent besetzte Mannschaft. Hat man trotzdem Erkenntnisse gewonnen, um in der Zukunft dazuzulernen? Was hat vielleicht die isländische Mannschaft bei Österreich aufgezeigt? Ja, also ich glaube, wir haben eine, vielleicht hole ich noch weiter aus, eine Europameisterschaft gespielt, wo wir nicht zufrieden waren. Jetzt nicht unbedingt nur Ergebnisse, aber speziell im letzten Spiel gegen Weißrussland. Da sind wir nicht so aufgetreten, wie man das die letzten Jahre gekannt hat. Da hat es eine Reaktion gegeben. Wir haben dann in dieser ersten Phase die Esten relativ deutlich in zwei Spielen eliminiert, kann man sagen, oder aus dem Bewerb. Und haben dann natürlich mit Island eine Mannschaft bekommen, die momentan Top 5 in Europa einzuordnen ist. Eine unglaublich gute Mannschaft. Und ja, Island ist auf allen Positionen top besetzt. Und sehr, sehr gute Beinarbeit, schnelle Spieler, technisch total gut ausgebildet. Ja, da können wir sicher einiges mitnehmen, und auch vielleicht, was unsere Ausbildung betrifft. Also, dass wir da vielleicht noch mehr investieren, auch den jungen Spielern noch mehr technisches Handwerk mitzugeben, die Ausbildung zu verbessern. Das sind alles natürlich Langzeitprojekte. Aber natürlich ist Island schon eine Mannschaft, die momentan für uns vielleicht ein bisschen ein Stück weit weg ist. Österreich also nichts dabei bei diesem Groß-Event. Trotzdem würde ich ganz gerne deine Einschätzung wissen, für die Weltmeisterschaft, wer zählt zum erweiterten Favoritenkreis? Oder gibt es einen Top-Favorit? Dänemark ist Titelverteidiger, Schweden, Vize? Ist im Handball immer ganz schwierig zu sagen, weil der Favoritenkreis meistens ein größerer ist und nicht einer. Ich glaube, wir haben mit Schweden, Dänemark, selbst vielleicht Portugal, zwar bei der letzten EM jetzt nicht, aber es ist auch eine Nation, die extrem aufkommt und schon gezeigt hat, wie gut sie ist. Frankreich sowieso immer, Spanien immer. Also es gibt so diese sechs, sieben Mannschaften, die eigentlich immer zum Favoritenkreis zu zählen sind. Ich glaube, dass die Schweden momentan einen sehr, sehr guten Lauf haben und draus denen zu. Aber das ist, wie gesagt, einer aus sieben. Da kann ich auch falsch liegen. Aber ich glaube, dass die Top-Nationen sich das da oben ausmachen werden und jetzt keine Nation unbedingt, mit der man jetzt nicht rechnet, vielleicht da oben angreift. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Also Handball immer unberechenbar, was das Favoritenfeld betrifft in Polen. Und in Schweden findet übrigens die Weltmeisterschaft 2023 statt. Die Frauen nehmen auch noch kurz ins Boot dazu, die die Qualiphase Nummer 1 bestreiten. Am 3.11. in der Südstadt gegen Finnland. Wie gut vorbereitet ist man? Ist Finnland so eine Hausnummer im Damenhandball? Es ist eine Hürde, wo wir uns ganz klar intern und auch das Trainerteam müssen wir überspringen, wollen wir überspringen. Bereiten uns davor dann Freitag, Samstag vor dieser Woche noch Vorspielen gegen Angola, 28. und 29. Oktober, wo wir einfach dann nochmal testen wollen, sind da schon zusammen. Ja, und dann gibt es die volle Konzentration, die zwei Spiele gegen Finnland, alles reinhauen, das zu schaffen, um dann zu schauen, wen wir im WM-Playoff bekommen und am besten vor der Heim-EM 2024 noch einmal beim Großereignis dabei zu sein. Also den Ladies auf jeden Fall Anfang November die Daumen drücken, wo man dann die Pflichthürde Finnland auch nehmen möchte. Zum Abschluss vielleicht auch noch zu deiner Funktion im restlichen Jahr. Jetzt haben wir noch so zwei Monate und zehn Tage übrig. Wird es jetzt langsam ein bisschen ruhiger? Kann man vielleicht bis Anfang jenner auch ein bisschen durchatmen? Oder ist man permanent eigentlich als Sportdirektor gefragt? Nein, also es ist ja, es ist nicht nur die Nationalteams, sondern es hängt sehr viel Planung, es hängt sehr viele Dinge im Hintergrund. Wie gesagt, es geht ja auch, den Handball ein bisschen weiter zu entwickeln. Das ist ja immer ein großes Thema. Ruhiger wird es sicher nicht. Ich würde eher sagen, das Jahr ist zu kurz. Aber das soll es auch nicht sein. Ich finde es gut, wenn viel los ist und dass wir was bewegen können. Das braucht immer viele kleine Schritte, um einen großen zu machen. Aber wir sind da sehr intensiv dran, arbeiten sehr viel daran, um einfach zu schauen, dass wir Handball noch weiter nach vorne bringen können und dass wir da einfach Entwicklungsschritte machen. Das ist, glaube ich, einfach auch langfristig ein ganz wichtiger Schritt. Wir wünschen dabei alles Gute. Parkot, besten Dank für den Besuch und wir hören uns dann spätestens im Frühjahr 2023. Sehr gerne, danke schön. Also, das war ein exklusiver Einblick in das aktuelle Geschehen des österreichischen Handballs. Die österreichischen Männer haben zumindest jetzt schon mal die beiden Qualifikationsrunden gegen Rumänien und Farrer erfolgreich bestritten können, gegen die Ukraine eben früher dann auch ein Zeichen setzen, um 2024 bei der Europameisterschaft mit dabei zu sein. In der Zwischenzeit können sie auf Krone.at immer auf dem Laufenden bleiben und würde mich freuen, wenn sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.